Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier das Luxa 2 H1 Touch, einen Handyhalter. Den packen wir jetzt mal aus. Der erinnert mich auch ein bisschen an einen iMac, ihr seht auch gleich warum. Hier haben wir den Handyhalter selbst und hier noch eine Bedienungsanleitung. Und hier sieht man auch, wieso das Ganze an einen iMac erinnert. Das Ganze ist aus Aluminium und hat auch einen riesigen Standfuß. Ihr könnt das Ganze beliebig drehen und wenden. Dort kommt das Smartphone rein. Das ist für die gängigsten Größen geeignet. Hier haben wir beispielsweise einen HTC Mozart. Das passt da perfekt rein. Lässt sich dann beliebig drehen. Hier ein Samsung Wave S8500. Auch kein Problem. Und natürlich das Apple iPhone. Hier das iPhone 3GS. Dafür ist das H1 eigentlich auch gemacht. Das passt natürlich auch perfekt und lässt sich in jede beliebige Richtung drehen und wenden. Was auch noch ganz schön ist, ihr könnt es als kleines Stativ benutzen, um beispielsweise Bilder oder Videos zu machen. Das war also das Luxa 2 H1 Touch. Abonniert meinen YouTube-Channel auf youtube.com slash newgadgets.de für mehr Gadgets. Und da oben jetzt aus. Bis zum nächsten Mal. Dan leveling è www.kanal存.mitz.com Vielen Dank.